Ich will nicht die Verantwortliche sein! Lass mich durch! Lass mich hier raus! Und wie geht's jetzt mal an, bitte? Jetzt muss er in den Funk gehen und dann... ...und die Aufgabe starten. Ich geh mal ganz kurz woanders hin. Ich hoffe, ich lebe dann noch. Ok, so. Otto, schnell anschreiben! Wir haben keine Bock, Toiletten. Ist mir doch nicht geil. Wo sind wir noch da? Ja und? Mach das Fenster auf! Da vorne qualmt. Die geben jetzt schon Rauchzeichen. Verdi, Paket gefunden da unten, wo es qualmt. Hehehehe. Äh, meiiin Gott. Ist ja gut, ich halt meine Klappe. Bis gleich. Nein, ich weiß nicht. Da sind drei rote Knöpfe. Soll ich hier mit... Da ist noch ein roter Knopf. Was? Äh, Flughafen... Industriekomplex. Zetteln. Da ist noch ein roter Knopf. Ach da! Haha! Hätte die Berge! Ja, viel Spaß! Weil ich fahre aufsteigen. So, wieder da. So. Danke! Quatschenfällt. Warte! Geht grad nicht! Warte Augen! Ja, warte Augen! Und du willst das Auto... ... gut spielen, ey! Ja, ich kenne dich dafür, wenn... Mal kurz den Motor rausgefahrenst. Ich kann gar nichts machen. Oh, mein Gott. Ich bin doch da! Ich hab Angst! Wir sind doch noch ein Rutsch in der Luft! Ja, schwarz, auch nur das Info. Ah! Okay. Ja, wir sind... Wo sind wir? Wartei, du. Wartei, du. Ja, wir sind. Staatsanheide... okay. Und wir fliegen nördlich, ne? Wir starten nördlich. Richtig. Ja. Ja, rufen wir mal, wir starten in den Schwarzen Haide Richtung Norden. Der PraktOR ist so unnützig. Ich weiß nicht. Norden. Mit wem Funk sind du noch? Äh, Funk, äh, für Flughafen und so was. Okay. Fluglinie ist einbezeichnet. Jetzt weiß ich, warum ich nicht definitiv ein Lichtflugzeug fliegen werde. Wir sind viel zu lange, weil wir kommen doch niemals rum. Wer ist übergang mit Schlacht? Schö, meine 60.000 sehe ich jetzt schon im Arsch. Das war's, stopp. Warte, nein! Nein! Alter! Warte, mach mal. Warte! 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 für Wettbewerb. Du musst auch bei der blauen Linie bleiben, dann passt du die Bären nicht. Das war das Info, aber gut. Ja, weil es schwierig ist, es ist eine Luft zu halten. Ich muss es mal gucken. Mache ich mal, schön mit dir. Ich habe auch Angst. Ich sehe noch einen Propunger und ich habe Angst. Berge voraus, unter uns. Mit dem Ding zu landen, Alter. Ja, nicht nur das 80, bitte. Was war jetzt mit Rauch? Was? Berge, nicht Rauch. Okay, sorry. Falsch verstanden. Ist das schon der Flughafen denn? Ach, da kommt der Flughafen, unter uns. Ja, da kommt das gleich. Du musst bei der blauen Linie bleiben, dann habe ich die eingeteilnet. Wenn er bei der blauen Linie ist, kriegst du den. Ich muss her. Oh, ein bisschen hoch, ne? Na, ich kann hier nicht ein bisschen hoch. Ja, ich nehme diese profoundly. Nichts kann. Ja, mich ist der Flughafen. Ich bin aber auch nicht. nicht so hoch und nicht. Ja, ich komme jetzt noch hoch. Das war halt so einger. Das war nicht so hoch. Soll ich den Anflug auf der anderen Seite machen oder was? Äh... Ich hab aber Angst. Die Problemen sind schon sehr gut. Zwei Emelix und ein Emelix. Läuft. Die Börde geht zum Hohenlandes. Die sieht irgendwie ein Tor aus. Die haben überlebt, Chef. Scheiße. Mein Ding ist noch ganz. Ja Gott, der ist gedankt, ey. Kann man das Ding eigentlich mit dem Helix fliegen? Die Pakete? Nein. Nur mit diesem Ding? Ja, mit dem Fracht tragen können halt. Einer leckst mich doch am Arsch. Industrie ist wieder frei. Oh, dann hat die Walfi eh. Ist da wirklich jemand dahinter und tut uns hier nötig oder was? Negativ. Das ist halt... Alle, die fliegen, sind in dem Funk drin. Und da muss man sich halt abspringen. Was ist denn? Oh, Mann. So, wir müssen jetzt die Kone ruhig aus dem Funk steuern. Gleich. So ist Koki. Komm nicht raus, wir. Er sperrt uns ein. Alter, aber ey, ne, also das Starten, da hatte ich echt Angst. Ich wusste, dachte wirklich, es ist vorbei. So. Oder? Ey, wenn das jetzt hier wieder so knapp wird, ne? Der heulich. Ach, da vorne ist nur Wasser. Oh, wir müssen schwarzen Hai da anfliegen. Heißt, einfach wieder zurück. Oh Gott, das will ich gleich dürfen. Ich will dich jetzt aussteigen. Obwohl, der Weg kann jetzt eigentlich genauso zurückfliegen, wie ich es eingestellt habe. So. Oh, ja. So. So, Chef, ist der neue Pilot? Okay, sieh. Servo Warte, ich hab's erfunken. Aufmachen, Los. Wirklich schießen wir? Ich seh hinten, ja, bin hinten. Nein, Flora, Chef ist noch gar nicht geflogen. Du hast kurze Erfahrung mit dem Thema Flugzeug gehalten, deswegen würde ich dich bitte einfach äh, 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 sieh hat's gründen. Probierd. Hi. Das ist neben dir. Genau. Da hast du. Du hast dich an, diesmal hier die Toll finde. So, Tür entschließt, so. Ich will nicht. Ähm. Du hast, äh, sieh hat's gründe. Du hast, äh, sieh hat's gründer.